So Leute, wir befinden uns hier im wunderschönen, ich zeige euch auch kurz, Schwarzwald, um genau zu sein in Langbrand. Und ich gucke mal, was mein Kumpel Chris macht mit unserem koksweißen Porsche Carrera. Ah, da ist er schon. Chris, komm her! Ich kenne diese Nummer nicht. Hallo? Francesca? Valentina? Ah, Miriam, bella! Wie geht's? Ah, wir sind immer unterwegs. In fünf Stunden in Mailand. Milano? No, bella! Ah, ok. Sechs Stunden. Ok. Grazie, ciao, bacio. Ciao! Frauen, alle gleich. Steigst du ein und fährst am besten los. Immer Stress, immer Stress. Allora, Vinko. In Italien ist die Fiat, die sind schön und Auto. Aber die Porsche ist viel viel besser. Ciao, bello. Ciao. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist mein Kumpel Chris und wenn es um Mädels geht, egal ob Ivona, Valentina oder Miri, da ist selbst Mailand nicht viel zu weit, weil wo die Liebe hinfällt, weiß man ja. Ciao. 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 Ciao.